Ich hab wieder null Münzen und bin letzter, Alter. Was soll der Scheiß? Feuer. Ah, Stachelkugel. Aua. So, ich hoffe jetzt, dass ich bei mir war. Ich hab drei Münzen gesammelt, damit ich gegen die Stachelkugel gefallen habe. Und wieder null. So läuft das Ganze, ebenso. Komm schon, Piranha-Pflanze. Pack deinen Stachelball aus. Den hast du doch hier um uns. Du hast ihn einfach nur versteckt. Die hab ich hier leider nicht mit dabei. Doof aber auch. Komm schon. Was soll ich mit Pilzen? Dann gibt's auch andere Reitis in dem Spiel. Komm schon Goldplätze, Junge. Oh, ich mag gerne dich. Oh, davon ist Ihnen. Jetzt geht's los. Nein, nicht die Feuerwehr. Oh Gott, war das knapp. Na ja, also wie viel hast du? Mann, nur äh. Oh, sie mehr hat gescheißen Punkte. Nein. Nur weil ich rausgekommen bin. Ja, jetzt war ich eine Chance. Nein. Ja, doch. Davon ist Scholti, Alter. Jetzt geht's los. Ich hab alles in der Kontrolle, Alter. Ich wollt das gehen, doch. Ich wär nur Erster. Was hast du denn? Los, Wolli! Komm schon. Doppel-Item. Jetzt gibt's irgendwas richtig krasses. Komm schon. Irgendwas. Ah. Bob, Bob. Nee, ist nicht gut. Nein! Boah. Ich hab dich getroffen. Jawohl. Oh, ich bin fast Erster noch gewonnen. Oh, ich bin fast Erster noch gewonnen. Aber zwei Daten. Solide. So, ich bin wieder dabei. Verdammt. So ein Mist. Oh. Komm, kannst die Rebell gehen hier. Hallo. So. Habt Spaß mit dir. Ich hab mit Traum. Schreigeiß, Wasserfälle. Zufällig. Dieses Mal hab ich dran gedacht. Nur weil niemand will die Regenbogenboule war spielen. Richtig. Doch. Ah, Wolli! Bin ich dran kombiniert? Hättest du es erst sagen dürfen, wenn jeder ausgebildet hätte. Warum? Ach, du hast wieder null Punkte. Du bist letzter. Ja, weil ich ja rausgekommen bin. Ja, ja, komm ich raus. Im Turnier selber bin ich Erster. Das reicht. Nee, nee, nee. Daran arbeite ich noch. Ja, da musst du... Da musst du achtmal Erster werden hintereinander. Aber du bist ja schon ein paar Mal gefahren. Ja, ja. So, jetzt läuft das Spiel wenigstens wieder flüssig, ey. Ja, schubst mich runter. Natürlich, dass die Regenbogenboule war. Ja. Ja, das ist Jolti und Wolli, ne. Bist du nicht? Ja, okay. Ja, ne. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin erster auf der Regenbogenbohleerei. Irgendwas stimmt hier. Boah, ich hab 10 Minuten. Jetzt gehts los. Boah, jetzt gehts los, aber 10 Minuten. Erster Platz. Ich hatte... Ey, was ist jetzt los? Da kommt noch eine Ratchet. Nein, 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 geh weg. Auf mich. Okay, Stresssituation. Erster Platz. Wir spielen das hier locker auf dem Kopf. Mann! Boah, du bist so, Ellen. Ich bin gehängen! Ich hab ne Hupe bekommen. Ich bleib erster hier. Niemand hört mich hier vom ersten Platz, Alter. Ich sag's hier. Nein, ne Rachel. Ge weg, ge weg, ge weg. Mann! Okay, das war irgendwie ein seltsamer Blut. Nein, warum bin ich jetzt schon über groß? Nein. Leute, kommt. Das könnt ihr jetzt nicht machen. Ich feiere das super so gut. Ihr könnt euch jetzt nicht, Leute. Das könnt ihr nicht blicken. Schau. Fahr! Von deinem Leben. Ich will jetzt erster werden. Ich glaub, dich muss ich leiser stellen. Ich glaub, dich muss ich leiser stellen. Nein, muss. Ich hab genau die richtige Lautstärke. Nicht für meine Ohren. So. Ich seh mich schon eher so bei den Kühen. Ich mag die Welt selber nicht, aber ich hab gedacht, das wäre doch lustig. Nein, das ist nicht. So lange unsere Hashtecke nicht drankommt. Ja, das stimmt. Ich weiß sie immer noch nicht, sagt sie. Nö. Weiß wie viele Mario Kart Parts, der hat alle bis den Part gefunden haben, wo ihr das sagt. Bin ich 96 und ein bisschen. Haben wir das überhaupt gesagt? Weiß ich nicht, ich hoffe es. Ich glaub nicht. Ich sag einfach mal nichts dazu. Man sagt auch nichts dazu. Irgendwann verspricht sie euch und sagt, oh nein, ich hab mal Hashtecke. Und dann weiß ich. Ich hab mir mein Appel geklaut. Oh, Quilz, Alter. Jetzt kürzlich ab. Oh, sneak challenge. Kies紅 Schöw Enig comedy Alle farb Doppelgänger und Mikrendte was so fast hier noch wok apor also die ich steh den Weg die ich bin nicht mit dir, du bleibst zu Hause das ist ein Freund aber Marek hat das Krieg als ich schon wieder der Letzte wählen, wie machst du das immer hin? ich fahr so eine Kurve auf einmal jetzt bin ich den Letzter, ne Tony? komm schon ich weiß, dass rennt man wieder an, oder? pack die irgendeine oh, drei Pilze, jetzt geht's los ich pürze das komplette Feld ab ach maaaann ja, ich bin vor dir wieder, hehehe ich will nicht mehr ihr zwei habt euch gerne hinten, ne? ja, und noch eins für dich zum Nachdenken HAH Dabt es war wohl nicht nein nein nein, sieh ne, 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 bleib hinter mir, bleib hinter mir fucking Letzter, man du hast ja auch nur 35 Punkte tja, schuldig haha uuh ok, welche Nips gibt's jetzt? oh Gott äh Zufall zweimal die Reben ohne Witz Löhr, ne? was denn? warum hast du so einen schlechten Tartengeschmack? wirklich was stimmt nicht mit dir? schau dich, ich bin kein Traumzerstörer ja, alle nehmen Zufall Löhr, merkst du selber, ne? was denn? wenn deine Regenbogenboulevard jetzt dran kommen, dann wein ich was habt ihr gegen diesen Regenbogenboulevard? ich hab etwas gegen jede Regenbogenboule, weil sie jeden mal hey, wir können ja pflanzen man fickt da oft runter ja ja jetzt geht's los jetzt geht's los alles klar, jetzt geht's los jetzt kannst du dort fokussieren Ziel anvisieren und gut oh, kein Fisch, fantastisch ich weiß, bin erst am ganzen Tee wuuu uuuu 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 du kannst mich gerne überholen du kriegst du Contantiefresse uu uuu er hat mich in Retting geschossen ich nicht nein ich hab einen Pilz eine Pilz hat, wenn man ein Pilz hat ist, bin immer unschuldig ja, und was hattest du davor? ich hatte nichts jaja ich bin unschuldig was macht denn da vor uns war da noch gar keiner wie kommt da den bananen ich kann das alles mit vier pilzen nur trotzdem kein überholt das ist richtig das ist aber einfach egal die spritze was sich mit einem platz also geiler bio spielt Oh ja. Nein, E-Auto. Ja, E-Auto, das geht nicht. Deswegen bin ich auch so langsam. Sag mal, was ist jetzt schon wieder los? Ja, mit eurem V8 Motor. Oh, jetzt geht's los. Sieh dich. Alles klar. Du musst aber noch ganz ein Stück fahren. Ich krieg dich doch. Ich sag dir, gleich wechsle ich von meinem Emo Motor halt auf. Geh noch was soll das? Nach hinten schießt, weißt du? Er regt sich immer drüber auf, wenn es die Gegner machen bei ihm. Aber dann selber. Ich brauchte neue Items. Jetzt brauchst du keine mehr. Warte. Dich krieg ich noch mehr. Wer hat denn jetzt die Kugel Winnie? Das weißt du nicht. Wolli. Nein. Komm schon. Gib mir jetzt nach hinten. Halt ruhig. Jaaaa. Goldpilz. Gibt kritisch. Komm schon, gib Gummi. Gib Stoff. Halt ruhig. Halt ruhig. Heute bleibt ihr verschont. Aber doch. Nächste Runde. Da geht's los. Weil jetzt kommt nämlich die Partystraße. Halt ruhig. Ach ja, Kenu. Oh nein. Dschungel. Endlich mal. Endlich mal gute. Endlich gute Karmgeschmack hier. Nicht will Marius Piste haben. Nee, nee, nee. Ja die hatten wir noch gar nicht, das stimmt nicht. Nee. Warum immer? Nee, mein... Warum der Fehler gute? Weiß nicht. Warum immer die eigene Map, die keiner sonst handelt? Weil Zufall. Ja, weil... Nee, nee. Weil Nintendo sagt diese. Weil Nintendo sagt diese immer. Am meisten, wir haben viermal das Pünktchenkarte und ein Motor. Auch hier. Siehne, merk selber, dass sie als die Regierung dann v8 lebt, wenn wir alle fahren hier schön, weiße, Elektro schön auf Umwelt vorgelegt. Nee. Aber, alle schön auf die Krieg gewechselt in die Luft mit der v8. Nicht gut? Nicht gut. Nein, gut. Ein Fahrzeug. 2. Ja, gut. Ja, gut. ich hatte kein glück doch wie der letzte das ist können das ist glück ich hab dich ohne abzuschießen überwohlt ich habe falsch gedrückt ja dafür kann ich nichts ich bin meine eigene banane Ey, Wolli ist so fett, ich schub's wieder in den Rücken. Warum hast du dich nicht treffen lassen, Sina? Ähm, ich hab meinen Rückspiegel, weißt du was da ist? Ich wieder mit meinem Apfel in den Green schmilzt. Ich hasse Bomben. Ja, ich hab eine Rolle, ich bin gar nicht mehr im Spiel, aber das ist halt eine Rolle. Ich fühle mit dir. Ich hab mich, ich hab mich nicht wieder mit meinem eigenen Güter jetzt getroffen, aber einfach in die Zukunft. Ich fühle mich nicht mit dem Kino. Ich bin gerade flächig gestanden und dann sind die auf irgendein Wand abgefallen und kamen wieder zurück. Aber so wirklich, einfach 500 Meter auslässt, ja. Wie geil ist das denn? Ich bin die Dritte. Hätte ich dich nicht getroffen, hätte ich auch nicht explodiert, aber ich hab dich voll ne Kanne getroffen, ey. Oha, wieso bin ich Dritte? Krass. Ich hasse dich. Das war geil. Zum Glück hab ich das aufgenommen. Gott, Regenbogen. Hoffentlich drückst du auf löschen. Nee. Komm schon jetzt bitte. Die Wolli hatte ich noch überholt. Geil. Komm schon, meine weg. Wolli, bock um sein Dank. Auf der Ziellinie. Jetzt mal. Ach komm sie denn, du warst doch vor Kino, das ist doch schon mal was. Ich hab mich einfach... Der größte Gegner spielte ich selber. Ich treffe mich die ganze Zeit selber. Ente, du selber oder du bist besser? Nein! Also, ihr seid so weit hinten, ihr könnt gar keine Gegend. Oder so weit vor, ihr könnt nicht mal eine Gegend. Aber dafür müsste ich euch ja erstmal sehen. Aber jetzt ist hier eine Mutter, aber jetzt bleibt nicht so. Ich zeige mich dafür, dass ich nicht mache. Nein! Farmer. Ich beigehe jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt geht's. Der hängt bei euch das Spiel ja auch so? Nee. Warum hängt das so bei mir? Ich hoffe, die Auflagen sind in Ordnung. Scheiß Banane. Geh weg von mir. So viel zu mir, jetzt schweige ich. Wahrscheinlich, ich erhole einfach nur... Mit rein Fass wird sie uns gleich noch gesessen. Ich hab noch keine Alte noch gesessen. Ich hab noch keine Alte noch gesessen. Ich kann übernehmen. Nö. 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 Geh mal weg mit deinem Stern. Wir hoffen wir das wissen. Ich bin eh... Ich bin eh... Ich bin eh nicht so der Rammer. Ja, ja. Komm ich jetzt... Ja, Litz da! Komm schon! Nein! Ey, das hat doch nicht wahr sein. Doch, doch. Das darf wahr sein. Da kommt mal endlich mal wieder vor. Boah! Okay, sieben hab ich im Visier. Okay. Dich krieg ich auch. Ist genau vorne drin. Nein, ich hab kein Eintrück dazu. Boah, jetzt geht's ab. Oh man, wir sind schon vom Zwillen da. Scheiße. Hm. Das beginnt doch umgezogen. Also... Ich hasse dich so sehr. Ich bin letzter Mädchen! Ich... Ich glaub wir werden Freunde. Ja. Unfassbar. Jetzt ist es einfach... Das hat... Die getrockert. Du hast die festgelegte Anzahl an Partien absolviert. Ah! Und wie viele Punkte hast du? Keine 25, oder? Als bleib ich immer noch Erste. Hä? Doch, klar. Guck auf die Rangliste. Ich bin... Zack, Alter. Ich bin einfach ein... Ich bin vor Sinem. Und... Ja, da guckst du sie, ne? Ja, dann komm mal schnell wieder rein. Sonst geht's wieder unnötig weiter. Nein, 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 nein. Warte, warte. Warte. Mitspielen. Das ist festgelegte... Ich kann da eher teilen. Jetzt geht's los. Ne, gut. Okay, die Rangliste bleibt ja jetzt einfach gespeichert, ne? Ja, genau. Ich werde immer versieden bleiben. Ich werde immer versieden bleiben. Komme ich jetzt schon wieder alleine? Oh, Mann. Wolli, es läuft. Ja, hast recht. Und warum bin ich jetzt wieder alleine? Ich schaue dieses Team, dieses Team. Was jetzt etwa für die komplette... Die komplette Turnier-Code wieder eingeben. So. Jetzt folter ich dich. Komm her. Meinst du mich? Ja. Wieso? Hast du was Schönes? Ja, ich hab richtig kalt. Oh. Toll. Jetzt hab ich extra abgebremst, dann wär ich trotzdem... Du hast ja abgeschossen. Hä? Warum bin ich die ganze Zeit alleine in der Lobby? Ich versteh das nicht. Hä? Du hast dich jetzt nicht getroffen? Mich hast du nicht getroffen, nein. Du Cheater. Wer ist Cheater? Wer ist Cheater? Hä? Du bist Cheaterin. Du bist Cheaterin. Ständig Pop-Oms. Was soll das? Lass mal Keno seine Hexe aus, bitte. Die sind nur für ihn. Boah. Ich treffe mich auch tatsächlich selbst. Und noch einmal. Boah. Kann mir mal... Irgendwie mal kurz erklären, ob ich die ganze Zeit alleine fliege? Weil wir grad im Rennen sind. Wie könnte ich bei dir die Lobby sein? Ja, aber das ist ja... Da müsste... Da müsste da ja stehen. Schau zu beim Baden. Ja. Aber ich dachte... Mach das doch. Ne, kann ich nicht. Da steht ja nur... Öl, das konnte ich mit. Ich verstehe das nicht. Nein! Ich habe meine Banane weg. Das Spiel zu schieben. Mh. Komm schon. Ey, jetzt lass mich bei... Okay, sieh nehm. Ah! Oh, das war knapp. Jolti. Warte, bin ich. Jetzt gehts. Hä? Why? Ich pick dieses Spiel. Oh, das war knapp. Aber die sind fertig. Vielleicht deswegen. Vielleicht, ja. Ich verstehe das.